Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von Twitch Livestream. Ja, es läuft schon. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch hier ins Spiel gehen. Charakter-Auswahl. Nein. Online-Spiele. Sitzung für eingeladene Spieler und so. Den Dank werden wir sicher garantiert nicht von irgendjemandem erschossen, von dem man nicht erschossen werden möchte. Und beim letzten Mal hatten wir ja 100.000 eingenommen. Mal schauen, wie viel das wir in diesem Leben, nein, wie viel das wir in dieser Runde einnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob das Licht da wirklich so okay ist. Ah, jetzt werde ich geblendet. Naja, auf jeden Fall. Hier haben wir es. Sieh dir auf deinem Handy an, welche Fahrzeuge. Wenn ich nur wüsste, wie man diese Autos am einfachsten finden würde, dann wäre das Ganze super toll. Also, Bargeld haben wir 400 und Musik haben wir gerade gar nichts. So, ich muss noch mal schnell hier auf Twitch gehen, weil ich muss hier schnell noch, na, wenn es dann würde wollen gehen. Spielt GTA Online. So, aktualisieren. So. Und da brächtig. So, Leute, jetzt sind wir hier. Ja, wir kriegen hier Nachrichten von Ron. Wenn du je illegale Waren auftreiben solltest, ist Travel Point TP, auf jeden Fall Industry, immer interessiert. Lade sie einfach bei unserem Hauptquartier ab und Trevor gibt dir vielleicht etwas dafür. Ja, das mit dem Vielleicht, das glaube ich ihm sogar noch. So, wir steigen mal ins Auto ein. Und, nein, ich habe immer noch kein Lenkrad da. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Man sollte vielleicht das Handy übernehmen, dann geht es auch mit dem Radio, aber den machen wir jetzt mal aus. Keine Jobs verfügbar, hm. Ja, wir hatten das letzte Mal, Januar, so viel Kohle gemacht, weil wir Leute hatten, mit denen wir spielen konnten. Äh, weil wir coole Leute hatten, mit denen wir spielen konnten. Oh ja, das klingt doch amüsant. Hasta la vista! Ich habe gehört, diese Dioradler haben einen kleinen Vorsprung, aber die Tage treten dafür mit. Ja, das nehmen wir doch an, das klingt. Zielmodus, hm. Ne, will dich nicht ändern, danke. So, wie viel Geld haben wir eigentlich? 211, ja. Jetzt hatte der Leymar noch einen Auftrag. Hä? Da ist ein Fehler aufgetreten, nein, nein. So. Wir kaufen uns die ganze Ausrüstung. Offen. Wird keiner reinkommen. Wir machen mal eine Einzelmission. Und dann werden wir eine annehmen. Stiehlt den Tanklager, äh, Tanklaster, der sich hier oben befindet. Kann sich ja nicht so schwer anhören. So, dann wollen wir mal ausbrechen, da hinten, wo der Tanklaster ist. So. In Eile sind wir ja nicht. So. 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 Hier rum. So. So. Hier rum. Schauen wir uns mal die Gegend an. Da scheint nichts bewacht zu sein, aber doch da hinten. Ha, mit einem Lastwagen hier von der Polizei abzuhauen ist noch recht schwer. Aber bis jetzt sind wir nicht schlecht dran. Scheiße, da vorne kommt die Polizei. Die hat uns gesehen. Schüttle die Cops ab. Glaubt ihr mir jetzt nicht, dass es nicht so einfach ist mit diesem schweren Lastwagen hier die Cops abzuschütteln. Und da kommt so der nächste. Na gut, dann gehen wir halt da hin. So, ich glaube das wird alleine recht schwierig, weil der LKW, der ist nicht so schnell. Und ich glaube auch nicht, dass ich denen entkomme, wenn ich ehrlich sein soll. Weil volle Kraft wird hier sich nichts bewegen. Das heißt, die lieben Freunde hier hinten müssen abgelenkt werden. Aber da ich alleine bin, ist das relativ unmöglich. Vor allem weil ich so extrem langsam bin. Ich glaube das wird nix mit dem Polizisten ohne Spaß. Wie soll ich denn das machen, ey? Ich habe gerade keinen Plan, wie ich die Polizisten abschütteln kann. Zumal ich doch wirklich Vollgas gebe und der einfach keine Touren aufbekommt. Haaa! 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 Leute, ich brauche einen Einfall. Leute, ich brauche einen Einfall. Oh mein Gott! Wie kann ich denn jetzt den Anhänger wieder dran machen? So, jetzt bin ich gestorben. Forget it, das schaffst du alleine gar nicht. Nee, ich muss zuerst mal hier die Bullen so abschütteln, bevor ich mir den Truck holen kann. Hm. So, jetzt warte ich mal bis die Bullen weg sind und dann hoffe ich, dass ich den Truck nochmal holen kann. Komm schon. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Okay, jetzt muss ich nur schauen, dass ich den Truck bekomme. Und zwar so, dass ich ihn komplett bekomme. So, los, 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 los. Mann, wo ist denn der Truck? So, hier unten. Da irgendwo. Ah ja, da steht da. Da steht er! So, wählt ihr, es kommen jetzt nochmal die Polizisten. So, ich hab hier in dem Spiel noch nie einen Anhänger angekoppelt. So, jetzt hab ich ihn. Okay. Gut. So macht man's. Hä. Wieso ist mir das nicht früher eingefallen, dass ich da quasi aussteigen könnte und zu Fuß fliehen kann und so die Polizisten abhängen kann? Wahrscheinlich wär ich vorhin gar nicht weggekommen. Nun ja. So, dann bringen wir mal den Truck dahin, wo er hin muss. Hab richtig cool gemacht mit der Animation vom Truck und so, also fährt sich super gut. Entschuldigung. Ah, ich mach's immer verkehrt. Ich lass die Handbremse los, statt das Gas. So. Wunderschön an die Ampel fahren. Umweltverschmutzung gleich hoch. Äh, groß. Falsch eingespurt. Kann passieren. Im GTA 5. Mann, junge Dame, du lebst gefährlich. So. So. Boah, wo muss ich denn da hinbringen? Das ist ja weit weg. Und das ist ja weit weg. Ich blieb der Polizei, Alter, ne. Doch nicht. Ich fahre hier mit dem LKW. Ja ja, du mich auch. Hey, also der Schnellste ist es ja nicht. Na gut, was hast du ja erwartet von einem LKW? Ich weiß nicht, das Licht bringt ja gar nicht wirklich viel. Ups. 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 Mensch, fahr doch. Ei, ei, ei. So, hier, halt die Autobahn. Mensch. Oder sowas in der Art. LKW auf Autobahn. So, mal die Zeit eingeschalten, dass ich auch sehe, was wie wo. Und die Zeit, die läuft einfach so extrem schnell hin. Seit dem Wochenende. Hä, liebes Navigerät, wo schickst du mich hin, ey? Hm. Komische Sache. Bin ich jetzt falsch gefahren? Hm, ich weiß es nicht. So, ich hoffe, ich bin mal da. Puh. Das dauert vielleicht lange mit dem Truck. Ne, da muss ich noch nicht hoch. Was hupst du denn? Du hast genau gesehen. Weil... ...heuchtig, Bruder, ancient. Muss ich sagen. Boah, Leute, wo muss ich denn da hin? Wo ist denn das? Zeig mal. Ach, da vorne gleich mal. Ey, 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 ey. Hat mich jetzt echt wundergenommen, wo er mich hinschickte. Wo ist denn da? Oh, okay. prophets. Was ist denn da? Was ist denn da? Und, oh, oh. Was ist denn da? Ich hab hier keine 카fe. Du hast du da? Oh, okay. Ich bin da. Dann, ich bin da. Oh, oh. Ich bin da. Oh, okay. Ich bin da. So, mal da so komisch ein, Parki, äh, Fädeln, total falsch, ich weiß, so, hier kommen auch halt einen kleinen Bogen, Mensch. So, Verkehr auch noch aufgehalten, mach ich doch gern. So, komm, fahrt schon. Hör mal, diese Schleicher hier, oh, schaffst du's. So sieht's aus, wenn man im Wagen ist, nee, Leute. Oh. Ich hätte da abbiegen müssen. Na, komm ich rum, oh ja. Geschafft, weiter geht's. So, bergab. Aber jetzt... Mann, aber die Einfahrt, die ist ja auch extrem beschissen hier. Was ist denn das hier, ey? Mann. Ja, immerhin 15.000 für den Anfang, nicht schlecht. Und ich soll wieder kaufen. Wir nehmen mal zufällig. Und hoffe, dass ich jetzt mit anderen zusammen bin. Ja, das ist ja auch cool, clean as a cold, okay. D, E, A, B, don't miss a vein, ist da in der Dope van. Nowadays, they pay wall to pay, next 34,000. Pa, barra, 31,000. Und ich soll, livin' like a jack, boy. Got your family wrapped up, say, I'm about the sack, boy. And I heard it ain't where you're from, it's where you're at, boy. Make sure we're in place that I'm at, next to the strap, boy. Kill it, no shit from these verses, put hoes in herses. And these fuckers need some product to purchase. So, let's see. Ja, machen wir doch das. Automatisches Schnellspiel. So, wer kommt? So, wer kann noch mit mir spielen? So, wer kann noch mit mir spielen? Ja, machen wir doch. Just another day, another dollar, duck and corn again Wrappin' up the package, drug traffic, but you never Where the summer spring fall, niggas shove a snuff And if I could, I dig a tunnel straight to Mexico Pass me my strap, I think the police at my door But guess I'm sealed, still livin' like a dope Still a finger on the trigger, I ain't takin' shit from no nigga Still, still livin' like a dope Stay safe out there, because man, this town, it's full of lunatics, man It's full of maniacs, we got people who think they're in movies And then you got people who are in movies who should be in a lunatic asylum and sing Hier haben wir da rein Oh Level 32 Okay Okay Spiele Sitzung wird geladen Level 32, come on, let's see what that's for one Where is he then? Ah, there is he So, ja, du darfst ins Auto reinsteigen Du darfst Auto fahren Auch ein Auto-Durchspieler Ich weiß gerade nicht, wo das Auto steht Ach da So, ich flüchte einfach mal Ich weiß, dass ich jetzt hier nicht wirklich klar bin, wo ich hin sollte Aber ich bin zumindest aus dem Ballastgebiet mehr oder weniger weg Ah, hier komm ich in die Saugasse rein Na, super Entschuldigung Sorry Nein So Jetzt aber Andele, andele War das nur ein Auto? Okay Ah, lass mich hinruh Weg 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 Ist gestorben Ah, my friend Ich schaff das Kein Problem Kein Problem Alles okay Ah, weg Scheiße Shit Shit Wie konnten die nur Ah 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 Faust So Hängt alles an dir Kollege So Mal schauen, was er macht So Er hat das Auto Und hat jetzt sicher noch freie Bahn für das Auto zurückzubringen So Good job Ja, 893, naja So So Fortsetzen Ich weiß nicht, ob er fortsetzen will Oh, doch Er will Er will mit mir weiterspielen Also war nicht meine Schuld übrigens, ne Tritt bei Äh No Hey Broken Also mein Kumpel ist danny, verkauft den Vagos und Ritschenwahrer Ich hab bloß ein schlechtes Gefühl dabei Ja Wie kann ich denn hier jetzt chatten? Okay, jetzt start Wenn er wollte spielen, dann spielen wir Okay Ja Ich hab mich Hamilton Ja 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 Ich hab mich Ich hab mich Nein Ich hab mich Ich hab mich Das stimmt. Wer hat jetzt auf das Fass geschossen? Wer war es? Hm. Die, die. Die, die. Oh He's dead man, he's dead He's dead man Hey Nice as fuck Okay, back He's dead man He's dead man What Gibt's doch nicht Das ist ja gut, Entschuldigung, steig wieder ein So Oh Oh Where did he go? Where? Jeez That was straight Oh, Kollege Oh 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 Scheiße Unüberdeckt von mir Aber ich weiß, dass wir hier nicht zu lange stehen bleiben dürfen, sondern wir schleunigst vorwärts machen müssen, um die Autos zu killen Weil die kommen immer, 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 immer wieder von allen vier Seiten Und je länger, dass du da wartest, je mehr kommen Und darum finde ich dieses Level mit zwei Personen recht knapp Also lieber wäre ich da zu viert Also lieber wäre ich da zu viert Würde besser gehen Als zu zweit Dann könnten zwei von unten und zwei von oben kommen Hm So, den Teil kennen wir ja schon Oh 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 bien Ah, er ist tot Oh! WTF? You asshole! Willst du mich jetzt verarschen? WTF? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt versuchen wir gleich eine andere Taktik. Was habe ich denn da jetzt für eine Waffe erhöht? Wie hat denn da jetzt von mir ein Fahrzeug gekriegt? Kill 2. Verdammt nochmal, das gibt's nicht. Shit! Das war's für heute. Tja, Intercept, ohoho, 4 Kills. Jetzt ist sicher, dass noch mein Kollege im Moment... Ich switch mal rum, rumrum, so um. Oh, nee. So, Steam hat ja eine Neuerung gemacht und zwar gibt es bei den Wunsch... Steam hat ja da bei den Wunschlisten den Preis weggenommen. Das gefällt mir gar nicht, weil das war wirklich sehr nützlich. Das gefällt mir gar nicht. Ja, früher hast du wirklich den Preis gesehen und dann hast du wirklich schön entscheiden können, oh ja, jetzt ist der Preis okay oder nee. Okay, jetzt habe ich auch das Geld. Ich weiß ja, das kostet so und so viel. Ja, wir unterbrechen diese Mission und gehen mal... Keine Ahnung, wo wir hingehen. Du trägst mehr als... Wie viel Geld habe ich denn? Äh... Wie viel Geld... Ah... Wie viel Geld habe ich denn? 29.000. Oha... Mann! Wollen wir doch schnell, schnell Geld einzahlen? Einzahlen? Die ganzen 29.000? Nein! Kollege! Was tust du? Oh no! Oh... Nochmal... Da... 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 Äh... Da... Ja... Menü... So, jetzt... Und... Weg... Raus... Nada... Weg... Ja, ist ja gut. Das Ding ist abgezogen. Ja... Keine Ahnung, ey. Also beim letzten Mal hatte ich ein besseres Team, beziehungsweise hat besser geklappt. So lange ich das Handy da hab, kann nix passieren. Oh, da lässt er! Wenn du noch ein Fahrzeug hast, gib mir einen Telefon und ich will sehen, was ich tun kann. Ich kann die meisten Fahrzeuge all over der Stadt. Ah, okay. Was? Jetzt dachte ich schon, der könnte mir sagen, wo das und das und das und jenes Flugzeug ist, aber... Nichts... Nichts... War... So... So, wir gehen mal Auto waschen. Bis eine Mission reinkommt. Wo kriegt man da ein sauberes Auto? Carwashing. Da haben wir es ja. Ich habe nicht genug Geld. Für was habe ich nicht genug Geld? Äh, komm ich nicht nach, ey. Habt doch genug Geld. Ne, habe ich jetzt nicht verstanden. Geht schnell. Sooo, und da glänzt er wieder. Also normalerweise bleibste, 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 normalerweise bleibste beim Föhn stehen und... Aha, aha, oh yeah, sauberes Auto. Oh, der Auto ist wie Meion, hat immer... Ach... Munition, aha. Super. Offen. Hm? Es gibt ein Auto aus unten in Davis. Sie machen gute Finanzierungsangebote mit sehr großen Raden und empfehlen den Kunden Fahrzeuge, die sie sich leisten können. Nicht zu glauben, das könnten wir nicht hinnehmen. Fahr rüber und zerstör Ihre Autos, wenn du zurück bist, kommst du von mir im Namen aller anstrengendigen Bürger eine Belohnung. Aha. Äh, vom letzten Job. Alle vom letzten Job. Vom letzten Job. Vom letzten Job. Meine Freunde, Freundesliste, mal schauen wir es online. Okay. Okay. Haha. Tatsächlich nicht eine Frage. Laloos. Ich will spielen. Und zwar mit euch. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das Licht der Kamera noch besser hinbekomme, weil ich habe schon Licht vor mir, welches auf mich strahlt. Ich habe... Ich habe Licht an, was genug hell ist. Also, ich weiß nicht mehr. Vielleicht eine andere Kamera? Das könnte es sein. So. Einen Mitspieler möchte ich noch. Das wäre ganz schön. Das wäre... Ne, very nice. Hallo. Will jemand mit mir spielen? Sei doch dumm, der gerade zuschaut. Einer von euch vielleicht? Nein? Hm. Schade. Dumm, so dumm. Ach, komm schon. Will denn keiner? Ja. Ich weiß, man verdient nicht so viel. Gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ja, ich will diesen Auftrag alleine aufzuführen, wenn schon niemand mitspielen will. Radikal Kuria. Begib dich zum Rivalen Autohaus. Mach ich doch. Haben nur geschreift. Alles okay. Hey. Mann, bei der Straßenführung sollen wir noch draus kommen. Zerstör die Autos. Was? Und wie? Kannst du mir das auch noch sagen? Ich hab keine Granaten. Ich hab nix. Nix hab ich. Ja, schöne Autos hat er ja. Und wie soll ich die jetzt zerstören, lieber Freund? Ich geh da mal aufs Dach. Und schau mal, was ich... Aaaaah. Hä? Ha. So, der Tank. So, der Tank. Ich wollte eigentlich sagen, der Tank müsste doch auf der Seite sein, aber... Ist es nicht. Wie kriegt man ein Auto zum Explodieren? Ha. Mh. Wenn nicht so, wie dann? Wenn nicht so, wie dann? Ha! Wo haben denn die ihre... ... ihre Tankdeckel? Siehst du gar nicht? So, dann versuche ich jetzt mal was. Einfach mal auf ein Auto zu schießen. Oh, ich dachte eigentlich, dass wir die anderen aus uns nicht nehmen. Aber da war nichts. Oder doch. Ich habe ihn noch nicht geklezt. Ich bin noch nicht weg. Ich bin noch nicht weg. Ich bin noch nicht weg. Let's go! Push her! What the hell? Fuck you! Where's my car? Get down! Ah! Off you down! Get down! Oh! Wait! Come on! Wait! Ah! What the hell? Go and enter it! Reloading! Drop cover! Let me in! Let's go! Look out! Let's go! Achtung! Achtung! Oben! Grrrr! Grrrr! Chorpshutzen gewehr! Okay! That's over! Are you sure? Look out! Here it's a bullet! He-ah! That's over! I got hit! I got hit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, aber ich weiß ja jetzt, wie es geht und von dem her probieren wir es gleich noch mal. Bild nach oben, Page up. Oh, fuck. Ich habe vergessen, Munition zu kaufen. Oh nein. Okay, auf jeden Fall weiß ich ja jetzt, wie es geht. Und... Das weiß ich nicht, was passiert, wenn ich jetzt da einsteige. Na, ich stelle die einfach mal ein bisschen näher zusammen. Und wenn dann eins explodiert, sollte es dann mehr oder weniger... Eine Kettenreaktion geben. Das weiß ich nicht, dass ich nicht hier bin. So, und das ganz einfachste wäre ja, wenn man mit Bazooka jetzt drauf würde schießen. Man hätte ja auch ein Auto nehmen können und dann loslegen können. So, jetzt gehe ich extra aufs Dach, damit es von den Polizisten ein wenig einfacher ist wegzukommen. Oder zumindest sich zu verteidigen. So, wir schießen mal aufs eine Auto. Aber ehrlich gesagt nicht mit der kostbaren Munition hier. Wunder schon. Das ist nicht. Wunder schon. Boah, meine ganze Munition geht drauf. Wunder schon. So, hat doch geklappt. Wunder prächtig. Plan hat geklappt. Ganze Munition verballert. Nun ja. So, da sollte doch keiner irgendwie mich sehen. Hoffe ich zumindest. Na gut, wenn sie aussteigen, dann schon. Dann könnt ihr da auch neben durch für gut. Boah, wunderbar. So, war ein bisschen zu viel Speed. So. Das war übrigens ein mega teurer Auftrag jetzt. Meine ganze Munition habe ich verballert. Okay, bin ich auch selbst schuld ehrlich gesagt. So, wunderbar. Interessant. Interessant. Well done. Ja, super. Geld her. Ich rechne so wieder mit 15.000. Was? Nicht mal. Oh, bist du Geizkragen, hey. Ich opfere hier so meinen guten Dinger hin. Ja gut. Trotzdem noch ein bisschen Gewinn gemacht. So, mal schauen, was haben wir jetzt? Verfolgungsjagd. Oh ja. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. So, und. Oh. Oh. Wieso hast du denn, äh, Psy Mushroom eingeladen? Ja, ähm, ich geh mir mal schnell was trinken holen, währenddem, dass wir hier warten, bis jemand kommt. Und wir hören ein bisschen Musik. Uppin Adam Burger, look at my phone, I had bleeds from Sprunk, why is Sprunk bleating me, who cares what a soda has to say on bleeder, like hey we got new sodas, I'm not following you, you a soda, leave me alone, back to you fly low, uh huh honey. So, good luck out of him, hi, grüß Gott. und ähm, ja, wir warten immer noch. Wie kann ich denn jetzt diesen Mushroom... Aha. Spieler werden eingeladen. Keiner nimmt an. Dann nehmen wir doch mal hier ein bisschen die Mitglieder unter die Lupe. So Ciel. Habe ich hier irgendwie Spiel einladen, Crew finden, Crew einladen, meine Crew, Spieler finden, Freundschaftsanfragen, Freunde, aha. Nachrichten, keine Ahnung wo. Startseite, ne, ne. Konten. Jetzt kennt ihr mein Facebook und mein Playstation Network. Crack. German Kings und Magic Mushrooms. Wer sind da dabei? Kann ich gar nicht schauen, wer, wer, wer dabei ist da oder wie? Finde ich ja ein bisschen schwach. Interceptor. Interceptor. Ja, diese unterstützen wir doch immer gern. Ranschkakrishna23 Ja, herzlich willkommen bei uns bei Twitch. Wir spielen mal eine Runde. So, ich weiß gar nicht, was wir müssen machen, ehrlich gesagt. So, äh. Ja, achso, weil dir lagst du ein bisschen, kann das sein? Fährst du? Wo bist du denn? Ja, da. Ja, du fährst. Na ja, gut. Ich kriege ihn hier schon. Wow. Entschuldigung. Ha! Where we got? Where we got? Where we got? Was warst du beim Pausenmenü, lieber Kollege? Hat das Spiel verlassen, aha, naja, dann wirst du halt nicht irgendwie zu Geld und Ruhm kommen, ich weiß ja nicht, was er sich jetzt hier erhofft hat, aber die Action hätte jetzt erst angefangen, hier. Mann, ich krieg den Kerl nicht. Doch, jetzt habe ich ihn. Relativ einfach, muss ich sagen, wenn man sie nicht stresst, dann fahren sie ganz langsam. Und dann, wenn sie ganz langsam fahren, kannst du sie ganz gemütlich ins Visier nehmen und dann abdrücken. Und wenn du Glück hast, schüttle die Cops ab. Jetzt muss ich aber noch schnell was machen. Äh, Karte. Und zwar das und das weg. Weil das irritiert ein bisschen. So, die Cops abschütteln. Nichts einfacheres als das mit einem schnellen Wagen. Oh, da vorne ist die Polizei. Dein Freund und Hetzer. Boah. Gut, ich habe mich jetzt spontan entschieden. Boah, fast. Liebe Freunde, das wäre der Stunt des Jahres gewesen. Komm, wir fahren nochmal hier hoch. Ne. Will noch nicht. Will noch nicht. Will noch nicht, ich will nochmal da hoch. Oh, shit. Ja, ist ja gut, komm. Ne, da war es nicht. Da war es auch nicht. Aber jetzt da war es. Oder? Ja, da war es. Genau. Oh, farm. Here we goooool. Und. Woah. Na ja, ich habe das da. Dach nur ganz leicht verfehlt. Aber sonst wäre es. Überschlag. Aha. Auszeichnung dafür. Na, also. Wäre super Flug gewesen. Wenn ich die Kante vom Dach richtig verwischt hätte, wäre das ein super Sprung gewesen, Leute. Aber leider habe ich das Dach, ähm, nur leider halb getroffen. Ja, liebe Freunde, ähm, ich denke mir am Samstag, Freitag Samstag wird es wieder eine Mega Session Hossard Ops geben. Entschuldigung. 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 Aber es soll heute im Rote sein. Und in 9 Minuten haben wir schon wieder 22 Uhr. Ich überziehe ein ganz klein wenig heute. Nur ein ganz klein wenig. Okay... Ja, Entschuldigung. Ja, danke. Ich bin honnert, dass du mein Sohn nennen. Bei einer anderen Mutter, wenn du weißt, was ich meine. Ja, du hast auch immer die Standardsprüche drauf. Du hast mich stolz gemacht. Ja, ja. 15. JP. Ich weiß nicht, für was das die die JPs sind. Wirklich nicht. Ja. Ja, er hat nichts, weil er ja wieder gegangen ist. Schade. Und fortsetzen. Ja, komm, eine Mission machen wir sicher noch. Wir können ja auch anders das ja nicht. Reich in Richmond. Schnellstart. Oh, sind beide online, oder wie? Tatsache. Wenn uns die Finanzkrise etwas gelernt hat, dann, dass die Reichen genau so viele Probleme haben. Du könntest bei der Sache Hilfe brauchen. Ich glaube, er hat einen Wachdienst engagiert. Ein Mann aus. Ja, okay. Also, der Mushroom wird sicher nicht einwilligen, das weiß ich. Und der, 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 der könnte Konstantin heißen, ich weiß nicht, der könnte eventuell, mit dem bin ich ja das letzte, oder das letzte Mal nicht. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich mit ihm gespielt habe, waren wir ja eine Runde Fliegen und er hat mir das Fliegen beigebracht. Richtig cooler Typ, Mensch, Typ, kommt, glaube ich, ursprünglich aus Holland. Und das ist natürlich nochmal fertig, ich liebe Holländer auf jeden Fall. Holländer sind einfach cool, muss ich sagen. Also, ich, 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 ich mag die Holländer, sie sind, finde ich, sympathisch. Ja, es wär cool, wenn wir noch Leute würden finden. Also, in dieser Folge ist es mehr oder weniger eher schleichend. Was Geld anbelangt. Beim letzten Mal hatten wir wirklich eine super Gruppe zusammen. Und da konnten wir wirklich Aufträge erledigen, weil wir einfach genug Leute waren. Zu zweit macht es auch Spaß, aber zu zweit ist es einfach so, dass Ja, wie soll ich sagen. Dass die Chancen einfach nur halb so gut sind, wie wenn man vier Leute sitzt. Mein Kollege, der will ja keine Let's Plays machen mit mir zusammen. Ah, der Alpha Wizard tritt bei, ne, das haben wir doch gern. Ein Level Zwölfer. Ist beigetreten. Ah, da, der Embi-Lover. Dann Level 104. Ha, Halleluja. Dass der da noch mitmachen will. So, noch einer, komm schon. One Person. Embi-Lover. Level 104. Das glaube ich ja gar nicht. Der hat ja fast alles. Schwach. Stärke. Aha. Schleichen. Aha. Na. Ich denke mal, wir legen los. Mit einem Level. 104. Können wir loslegen. Ich wusste gar nicht, dass man Level 104 werden kann. Ja, echt nicht. Reich in Richmond. Wieso steigt die ins Auto ein? Das Ding ist ja gleich da drüben. So, ich hack mal eine Runde. Ich brauche den mal so eine Ewigkeit. Ah, Entschuldigung. Na ja. Habs gleich, Leute. Okay. Einer gibt es da noch. Woher denn? Okay, schnappt euch die Autos. Ich glaube irgendjemanden getroffen. Oh, ja. Very nice. Ich hab... Ich hab den Hubschall, also den Piloten erschossen. Hat doch was bewirkt. Du fährst hier genau falsch, lieber Kollege. Oh, noch einen neuen Helicopter. Wie groß ist er denn? Ach, der Auto. Ach, der irgendwie lauwelle ist der eigentlich. Oh, okay. Das war's für heute. Mh, mein Schall wechselt nicht ganz richtig. Ist okay, wir sind immer nach der Fahrbahn. Alter, was ist los? Scheiße. Mann, wie fahren denn die lieben Kollegen? Woh, Sprecher Einheiten hier. Das war dein Fehler Das auch Fuck Lieber Selbstmord als von diesen Polizisten abgeknallt zu werden Jawohl, so sieht sie nämlich aus Nein, aber ich will Diesem Herrn da anzuschauen Was er für Gabriolen tut Na, na Mensch 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 Wäre schön gewesen. Ich frage mich, wie der Level 104 geworden ist. Was macht er denn jetzt? Wartet noch, bis die Polizei da ist. Es versteckt dich, Kollege. O jee, meine. Bitte, 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 bitte. Drück X. Ich frage mich. Ich frage mich. Also wenn er jetzt da gesehen wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich hoffe, der drückt auch X. Nein, leider nicht. Ich glaube, er hat langsam keine Ideen mehr. Aber ich kann ihn gut verstehen. Ich hätte ja auch keine mehr. Aber der kennt sich verdammt gut aus. Jetzt hoffe ich, dass du X drückst. Ja, endlich Leute. Hartnäckige Bullen gewesen. Oh, 17.570. Na also. Level 19. Wir haben es doch noch geschafft. Ein Level Up. Onyx. Boom. Aha. Mal schauen, was die anderen machen. Der Onyx. Und die anderen haben wahrscheinlich nichts mehr gemacht. So. Schauen wir mal. Was steht an? Oh doch. Der Alpha Wizard. Der hat auch. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Are you ready? Okay. Jetzt müssen wir glaube ich drei Autos klauen. Wenn ich nicht falsch informiert bin. Oder? Aber was fällt denn hier mit den Autos? Oh. Hier wirklich? Overfourzeigen. Auf uns. Die Tische Herr anytime. Oh dieg嗯. Oh, shit! Hm, da hat er eigentlich das Spiel verlassen, naja Das war's. So, das nenne ich doch mal Teamwork. Bauchmuskeltraining. Ne, ohne Spaß jetzt. Dück dich! Wunderbar. Dann aber auch nur erst ich schaffen. Wo ist er denn? Passt, da vorne schon. Bin ich wieder mal der gute Mann. Und ich schaff's doch nie, das Auto sauber zu bringen. Jesus. Yeah! Ich lieb's, wenn die Spieler sich wirklich auskennen. Und das war garantiert ein Spieler, der sich auskennt. Ja. Bin ich blöd, da geht's auch lang. Komm, ich leh' mal raus. Oh, je. Das reicht für den Anfang, ist das so. Ja, hier, hier, ja. Bestanden, liebe Freunde. Wir haben's. War nicht so ein lohnenswerter Auftrag, aber... Ja. Schwer war's auch nicht. Good or not good? Gut. Mal schauen, sagt er auch zufällig? Ja, er sagt zufällig! Jawohl! Jeppa! Da gefällt mir der Spieler. Kommen wir vielleicht doch noch auf unsere 100.000? Ne, Quatsch. Komme ich nicht. Glaube ich nicht. San Andreas, Soul! Ja, hi. Ah, ja. Are you ready? Yes! Okay, let's go! Ich kenne den Auftrag ja schon. Der liebe Kollege da, hoffentlich auch. Am Level 53 sollte er eigentlich schon mal was gehört haben. Was ist das? Mann, aber hoffentlich hat er jetzt genug Vorsprung, dass er da wegkommt. Und, hat er. Scheiß Helikopter. Ich möchte ja wissen, ob er die Bullen noch auf sich hat. Ich glaube aber nicht. Nee, hat er nicht. Ich hoffe es zum Ende ist. Mist. Oh, da auch. Na ja, ich sehe keine Polizisten bei ihm. Von dem her denke ich mal, dass er auch keine Polizisten mehr hat. Und ich werde auch gleich... Vielleicht keine Polizisten mehr haben. Ja, da sieht mich sicher keiner, da auch nicht und da vorne auch nicht. Also, wohne immer. Tod sicher hier. So. Voila. Ja. 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 Ja, wir müssen da... Na dann müssen wir jetzt... Also im Fahren sind sie alle nicht die hellsten, ne? Fällt mir gerade auf. Was machst du? Was machst du? What are you doing? Du kommst? Der hat sein Ferrari geholt. Sein Sportfletzer. Natürlich viel schneller als ich. Ich will ja auch gar nicht wissen, wie viel Geldmoneten der Junge da hat. Ich weiß nicht, was mich jetzt irritiert. Hey, what the fuck are you here? Okay. Let's go. Oh damn. Ich seh sie nicht. Nicht gesehen von wo das sie fließen, Kollege. Tut mir leid. Okay, let's go. You are for free. Freeze, freeze. Das ist wohl schlecht, der ist ja gar nicht gefahren. Nice. Perfect. Well, not perfect, but it will do for now. Ja, 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 ja. Ja, nur 5000, so kommen wir ja nie an unsere 100.000 dran, wo wir das letzte Mal waren. Naja, aber dafür zwei Levels ab. Schlecht. Zwei. Warum schlecht? Okay. Ha. Nun ja. Verfluchte Laser. Klingt komisch, ist aber so. Ja, ich weiß glaub was das ist. Gehen wir in die Luft? Wir gehen in die Luft. Beruhigende Musik. Ah, ein bisschen nass hier. Nass denn du immer mit dem Kanister hier. Boah, hey. Rächtige Überschwemmung hier. Na, ich weiß nicht, ob ich das Fliegen noch draußen habe. Aber ich glaub schon. Naja. Ja, komm, guck weiter. Warum wollen die alle dieses Flugzeug haben? Steig in ein Laser. Yeah. Machen wir. Tja, start die Flugzeuge. Aber hallo. Wie war das jetzt schon wieder? So? Oh, so. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, fuck. Falsche Tastik gedrückt. Sorry, my fail. Ja, ich hatte ein bisschen Steuerungs-Schwierigkeiten, wenn ich ehrlich sein soll. Und man soll hier ja ehrlich sein.